Servus Leitlin, grüßt euch! Willkommen in dem nächsten Projekt von HSMDS. Ja, wir haben ja im folgenden Video wieder Blutmann gehabt und ich habe ja den Waffenladen gebaut und der Philipp hat ja nebenbei da den Shop gebaut. Da wollen wir noch zwei Wohnungen machen, ja und ich sage mal, weil er mich gefragt hat, weil er schaute leider nicht an, dass wir vielleicht da mal anfangen können, bauen und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an die Wände aufziehen, dass mal der Shop sozusagen das Gebäude steht. Weil wir haben ja auch da drüben, unsere alte Base, haben wir jetzt sozusagen in die ein, zwei Spieler von uns übergeben. Deswegen bauen wir jetzt was eigenes drauf. Wir brauchen ja nicht viel, es ist der Shop für die ganze Community dann. Ich werde euch auch unten den Link von sowas reinschreiben. Könnt ihr gerne mitspielen. Moment. So. Uns freut's, dass ihr euch den Videos gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Könnt ihr uns gerne auch abonnieren. Würde uns sehr freuen, wenn ihr unser Projekt unterstützt. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch bauen sollten, oder was euch gefällt, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir bauen dann das auch. So, wir werten es jetzt nur mal auf 1 auf. Den Holz haben wir mal genügend gefarmt und eine Zone habe ich wieder hergestellt. So, wir sind jetzt mal aktuell schon ca. 10 aktiven Spieler rauf. So, ihr könnt gerne mitspielen. Einmal 3 Blöcke, passt. Eins, zwei, drei. So. Könnt ihr auch gerne bei Facebook beitreten. Und bei Discord, die Links stehen auch unten in der Videobeschreibung. Mit den 117 Tagen, was wir haben, sind wir halt schon ein bisschen ein Fokusschritt danach. Auf den Server, aber für neue Spieler ist das auch kein Problem. Wir unterstützen jeden. So, dann müssen wir nochmals ein paar herstellen. Machen wir da noch gleich die Decke ein. Machen wir da noch gleich die Decke ein. Das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ups, falsch. Wir müssen leider noch mal den Waffenladen dann später noch mal abreißen. Wir machen jetzt eine Einkaufsstraße. So in der Art. So. 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 da haben wir mal das erste Zimmer dann fertig. Großteils sage ich mal, nicht alles. Schauen ob die Zermüsse sind. Nein. Schaut, du musst alles schön ruhig aus. Müssen wir uns dann noch runter bauen. Perfekt. So, dann das nächste Dach, das zweite. So, schön. Ah, schaut schon schön aus. Es wird dann auch zum meisten die Verteidigung aus Solarplatten bestehen und normale Generatoren. So, gleich wieder aufwarten. Nächsten Folge ist dann wieder Philipp dabei. Oh, schaut schon schön aus. So. Dann haben wir eine kleine Führung machen. So, da haben wir unser Lager drinnen. Alles mögliche, was wir brauchen. Da ist unser Verkaufsraum. Alles schön eingerichtet. Das machen wir da rein. Sagen wir mal einfach gemütlich. Solle Leute was haben. So. Okay. Dann geht es mal weiter. Ah, wir gehen mal da oben rein. Machen wir mal die Tür zu. Einfach zu viel Sachen hergestellt. Gut. Und hopp. Geht mal ein paar Mal gleich zu. Sooo schön. Machen wir mal so hoch. Dann können wir das schön weiter bauen. Machen wir jetzt erst die oberen Reihe. Dann ziehen wir mal gleich ein Dach rein. Schlimm ist ja, wenn Geier uns angreifen. Dann haben wir wenigstens ein Dach. Dann gehen wir mal gleich... Ups! Dann gehen wir nach unten. Was ist jetzt los? Nimm dir mal schön ein Piechchen vor, Mann. Hm. Woher Hilbers? Angeblich... Nein, er hat mich geteischt. Und Leute, wenn ihr was anderes sehen wollt, als wie bauen oder looten, schreibt es gerne in die Kommentare. Was ihr halt gerne sehen wollt, entweder Schatzkarten suchen, nochmal in eine andere Stadt fahren, andere Spieler, mal Hallo sagen. Schreibt es gerne unten rein. So, da kommen wir jetzt zu. Gleich. Können uns nochmal die Geier nichts mehr anhaben. Wird aber noch alles aus Beton gemacht, aber so viel haben wir noch nicht hergestellt. Kommt noch. So, die Decke ist mal zu. Dann müssen wir vorschlagen. Machen wir da ein Fenster. Da ein Fenster. Mal vier Blöcke. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Wieder zwei. Hier hinten haben wir drei, drei. Perfekt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt nimmt's schon vor, Mann. Schaut nicht so ähnlich aus wie ein Hochhals, aber... Sagen wir mal. Egal. Den Fekke Keller müssen wir noch weiter bauen später. Ja, nice. Schaut schon schön aus. Wir bauen uns gleich hoch. Die Kanten auch fertig sind. Wollen wir auch noch kanten? Wollen wir uns sagen, Leute, das ist schon mal eine kurze Folge heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Und es hat uns sehr gefreut, dass ihr die Videos anschaut. Ein Liked a lot. Und ja, ich sage mal. Servus, bis zum nächsten Mal.